Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei den ORF 3 Künstlergesprächen aus dem Renaissance Theater in Berlin. Ich freue mich sehr auf den Schriftsteller und Musiker Max Gold. Guten Abend. Guten Abend. Lieber Herr Gold, bei mir ist es immer so, dass ich über die erste Frage in Interviews oft am längsten nachdenke. Da tue ich mir oft am schwersten, wie die erste Frage ausschauen soll. Geht es Ihnen mit ersten Sätzen beim Schreiben ähnlich? Anfangen ist überall das Allerschlimmste. Wenn man dann erstmal in einem Flow ist, in einem Fluss, dann geht es manchmal ganz flott. Bei so einer der liebsten Anfänge von Ihnen, der geht so besonders schwer zu spielen, Klavierkonzerte von Rachmaninoff, besonders schwer zu spülen, Schneebesen mit eingetrockneten Vanillesoce-Resten. Finden Sie den auch gelungen? Den finde ich sehr gelungen. Das ist aus den 90ern. Ich glaube, das ist der Anfang von, okay Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine. Ja, finde ich sehr gut. Wie haben Sie denn eigentlich bemerkt, dass Sie ein Talent für Sprache haben? Wann war denn das? Wie ist denn das entstanden? Ich hatte immer Freude an Sprache. Ein Talent habe ich bei mir jetzt als Kind noch nicht bemerkt, beziehungsweise ich hätte es nicht als Talent zu benennen gewusst. Aber ich hatte gewisse Neigungen und Obsessionen. Ich erinnere mich, dass ich mit zehn Jahren schwimmen gelernt habe und dann diese ganzen Freischwimmer- und Fahrtenschwimmer-Abzeichen dann erworben habe. Und im Freibad, da gab es Salzstangen. Ich habe immer Salzstangen im Freibad gegessen von der Firma Hulsch. Und ich hatte mal so ein, zwei Tage lang die Obsession, hundertmal hintereinander zu sagen, egal ob ich alleine war oder in Gesellschaft, Hulsch, die beliebte Marke. Das heißt, da hat man einfach schon so irgendwie Freude an der Sprache sozusagen, oder? Auf jeden Fall Freude am Sprachspiel, Freude am genauen Ausdruck. Waren eigentlich dann Aufsätze in der Schule im Deutschunterricht? War das was Interessantes für Sie schon? Oder hat das mit dem, was Sie beschreiben, Freude an der Sprache eher weniger zu tun gehabt? Ich war immer sehr gut in der Schule aufsätzen und bedauere, dass ich sie nicht mehr habe. Können Sie sich so an Ihren ersten Text erinnern, wo Sie selber auch sagen würden, also das war so wirklich der erste Text mit Hand und Fuß? Das könnte ich nicht so genau bestimmen, aber ich weiß noch ganz genau, was meine erste Veröffentlichung war. Im Göttinger Tageblatt gab es eine Kinderseite, die ist die bunte Kiste. Und da habe ich eine Zeichnung hingeschickt von mir, das war so ein seltsam verwölbtes Hochhaus. Und darunter habe ich geschrieben, schon oft habe ich in der Zeitung von den Hochhäusern in New York und Chicago gelesen, ich hoffe, ich werde eines Tages in einem solchen Haus wohnen, dann hätte ich einen Müllschlucker. Das war meine erste Veröffentlichung. Was haben Sie denn eigentlich für ein Verhältnis zu früheren Texten? Weil es gibt ja ganz viele Künstlerinnen, Künstler, Autoren, die eigentlich mit mitarbeiten, die schon länger zurückliegen, oft ein schwieriges Verhältnis haben. Wie geht es Ihnen damit? Es kommt darauf an. Also einige sind gut gealtert, andere weniger. Und die gut gealterten überarbeite ich ja auch regelmäßig, damit ich sie bei meinen Leseabenden zum Einsatz bringe. Also an sich habe ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen alten Prosa-Texten. Nicht unbedingt zu den Sachen, die noch weiter davor waren, also Anfang der 80er Jahre, die Musiksachen, da fand ich die allerersten ziemlich blöde. Wissen Sie eigentlich, wann Sie zum ersten Mal mit dem Namen Max Gold in Erscheinung aufgetreten sind? Ja, mit meinen ersten Bands 1980. Damals allerdings noch ohne das T am Ende. Das musste ich mir auf geheißte GEMA zulegen, weil es in der GEMA-Kartei bereits einen Max Gold ohne T gab. Ah, aber ich finde das DT macht es ja schon, oder? Macht es noch ein bisschen knuspriger. Ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Künstlernamen. Gibt es eigentlich heute in Ihrem Leben noch Menschen, die Sie mit Ihrem echten Namen, Ihren Taufnamen ansprechen? Ich sage mal amtlicher Name, denn Max Gold ist ein absolut echter Name, da mich ja sagen wir mal 99 Prozent aller Menschen unter diesem Namen kennen. Also kann der Name ja nicht unecht sein. Aber der amtliche Name Matthias Ernst, der ist natürlich noch im Gebrauch, wenn ich mit Ärzten zu tun habe, mit Behörden. Natürlich bin ich nach wie vor Herr Ernst. Sie haben in einem Fernsehinterview 1988 einen sehr guten Satz gesagt. Ich lese den kurz vor. Nämlich, ich habe bis jetzt schon mehr zum deutschen Humor beigetragen als Otto in seiner ganzen Karriere. Das habe ich gesagt. Da war aber noch schöne jugendliche Arroganz im Spiegel. Toll! Würden Sie sagen, stimmt der Satz noch oder ist das einfach ein knackiger Satz gewesen? Es ist ein knuspriger und knackiger Satz gewesen. Ich habe nichts gegen Otto Walkes. Ich bin sogar mit seinem Manager befreundet. Also kein Problem. Wie ist denn eigentlich so Humor, Komik, lustig sein oder witzig formulieren in Ihr Leben gekommen? War das immer schon da? Ja, ich hatte immer einen Sinn für Komik. Also wie viele Kinder ja, die haben keinen Humor. Kinder haben seltenen Humor, aber einen Sinn für Komik. Also einen Sinn für schiefliegendes, disparates, nicht zusammenpassendes. Das hatte ich schon immer. Und der Humor dann im engeren Sinne als Talent zum Selbsttrost, als Talent mit gewissen Lebenszumutungen zurecht zu kommen, das entwickelte sich dann erst später im Leben. Aber in meinen Texten tritt ja auch meines Erachtens eher Komik zu Tage als Humor. Können Sie eigentlich über Ihre eigenen Texte auch lachen? Wenn ich zum Beispiel einen alten Text nach 20 Jahren mal wieder lese, habe ich da durchaus Freude dran. Kann sein, dass ich zumindest sehr lächle. Lautes Lachen ist gar nicht so mein Ding. Auf der Bühne lache ich aber über meine eigenen Texte nicht. Da bin ich ein ziemlicher Freund der Deadpan-Delivery, also der ernsten Miene zum lustigen Spiel. Das ist interessant, weil ich denke immer wieder, wenn ich Ihre Texte lese, so an Loriot, wo es irgendwie so eine Parallele gibt aus meiner Sicht, weil er ja auch jemand war, der nicht die Komik für die große Schlusspointer gemacht hat, sondern die Komik passiert am Weg und nicht am Ziel. Und das bei Ihnen ja auch so. Können Sie mit dem was anfangen? Ja, das ist ja der Unterschied zwischen Witz und Komik, nicht? Komik hat keine Pointe. Und Witz ist das, was auf die Pointe hinarbeitet. Insofern fühle ich mich mit Loriot durchaus verwandt. Sie haben ja in Ihrer Arbeit schon ganz viele Preise bekommen, unlängst den Kulturpreis für deutsche Sprache. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so die literarische Qualität von Ihren Arbeiten nie wirklich so stark gewürdigt wurde wie eben die Komik in Ihren Arbeiten. Können Sie mit dem was anfangen? Das ist so. Den kann ich nur beipflichten. Und liegt es daran, dass das Komik einfach... Es überschattet immer alles. Strahlt das Meer? Es überschattet immer alles. Genau das hat zum Beispiel der Regisseur Michael Harnicke mal in einem Interview auf die Frage, warum er seine Filme so wenig Humor enthalten, gesagt, weil der Humor alles überdeckt. Und wie geht es Ihnen damit? Ich finde es schade. Aber es gibt schon Leute, die bemerken, dass in meinen Texten noch ein bisschen mehr als Komik und Humor drin sind. Es gibt so einen ganz bekannten, eine kurze Textpassage über die Bild-Zeitung, die Sie in einem Text geschrieben haben, Mein Nachbar und Zynismus, da kommt der Text vor. Und diese Passage sind sechs Sätze. Die sind sowohl im Internet immer wieder vielfach geteilt worden und ganz bekannt von Ihnen. Was denken Sie denn darüber, dass gerade dieser Teil so bekannt ist von Ihrem Werk? Das sind die sechs Sätze, die beginnen mit dem Satz, diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Und da kommen noch fünf weitere Sätze. Diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem Redakteur dieses Blattes freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu Ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Nun, das ist wirklich sehr knackig formuliert und ich habe da nichts zurückzunehmen. Genauso ist es und es ist okay, dass es andauernd geteilt wird. Ich will allerdings auch nicht ins Grab sinken als der mit dem kritischen Bild-Zeitungs-Zitat, was andauernd kopiert wird. Es wird ja noch nicht mal zitiert, das ist ein Kopiervorgang. Sie werden ja oft von außen, von vielen Menschen, Sie haben schon angesprochen, als streng, als moralisch, als Sprachkritiker, als jemand, der die Sprache entlarvt, bezeichnet. Wie geht es Ihnen denn mit diesen Zuschreibungen von außen, wenn einfach viele Menschen sagen, Max Gold ist das, Max Gold ist das, Max Gold ist das? Da geht es nicht jedem so, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und irgendetwas kundtut und schreibt und singt und macht. Damit muss man leben. Das ist ja alles auch ein bisschen wahr. Das mit dem streng vielleicht nicht. Also ich würde mich nicht als besonders streng schon gar nicht gegen mich selber bezeichnen. Weil das war so mein Gedanke, ob jemand, der streng mit anderen ist, nicht selber zu sich auch manchmal sehr streng ist, jetzt in Bezug auf vielleicht die Ansprüche der Qualität der eigenen Arbeit. Ich neige nicht groß zu Selbstdisziplin, leider. Das heißt, so hohe Ansprüche, wenn ich die Texte lese, ich spüre das schon ein bisschen. Da ist Ehrgeiz bei. Ganz gewiss, ich möchte etwas Gutes vollbringen. Und ich habe auch künstlerische Ansprüche. Und die künstlerischen Ansprüche sind ja das, was mir immer so Schwierigkeiten gebracht hat im Umgang mit Journalisten. Und das liegt daran, dass ich in meiner Anfangszeit ja immer mit Pop- und Rockjournalisten zu tun hatte. Und die stehen traditionell auf Kriegsfuß mit künstlerischen Ambitionen. Die bevorzugen Leute, die Musik machen, um reich zu werden, tolle Autos zu fahren und jeden Tag neue Sexualpartner aufzugabeln. Das liegt denen näher. Das heißt, dass einfach das Glänzende, das Grelle einfach interessanter scheint für die Medien als das Stille? Anfangs auf jeden Fall. Das verstehe ich sogar. Aber? Ich möchte jetzt aber auch nicht herhalten als das Stille. Bei meinen Lesehabenden wird manchmal ganz schön rumgeschrien, auch von meiner Seite. Da wird auch gepoltert und deutlich gesprochen. Aber ich bin natürlich nicht der klassische extrovertierte Bühnen-Heini. Das bin ich nicht. Wenn man jetzt so ein Künstler ist, der so ein Talent hat, Dinge wahrzunehmen, die vielleicht andere nicht so wahrnehmen können. Ist das denn eigentlich so, dass man das vielleicht leichter kann, wenn man selber auch ein bisschen ein Außenseiter ist? Wenn man leichter von außen auf Dinge drauf schauen kann? Das kann man so oder so sehen. Zunächst, wenn man es schafft, sollte man sein eigenes Außenseitertum vielleicht eher als Ehrenamt begreifen und weniger als Einfallstor zu Trübsal und Einsamkeit. Richtig ist wahrscheinlich, dass der Außenseiter weniger Leuten zur Loyalität verpflichtet ist und daher weniger Rücksicht nehmen muss und manche Dinge vielleicht klarer benennen kann. Andererseits hat aber der Insider zu manchem mehr Zugang und Einblick als der Außenseiter. Also es ist dann letztendlich für den künstlerischen Output möglicherweise egal, ob man Außenseiter oder Insider ist. Es kommt eigentlich mehr darauf an, dass man einen scharfen, klaren Blick hat. Kriterien, ganz wichtig. Kritik üben ohne Kriterien ist Quatsch. Und eine gewisse Formulierungsgabe sollte auch vorhanden sein. Ist Schreiben eigentlich etwas, das Ihnen leicht fällt? Geht Ihnen das leicht von der Hand? Wenn man im Fluss drin ist, dann geht es manchmal erstaunlich schnell, aber ich muss mich schon sehr aufraffen. Und ich bin nicht derjenige, der sich wie Thomas Mann jeden Morgen von neun bis zwölf dransetzt. Das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft. Ich habe es mir immer vorgenommen. Ich hätte gern einen größeren Ausstoß, aber es fällt mir wahnsinnig schwer zu schreiben, nach wie vor. Und es wird immer schwieriger, weil man ja auch manches schon geschrieben hat und sich nicht wiederholen möchte. Sie haben ja mal in einem Interview, glaube ich, gemeint, dass Sie, ich glaube, vor zehn Jahren mal so eine Art von, also das Wort heißt einfach Schreibblockade irgendwie hatten und wenig Prosa-Stücke veröffentlicht haben. Da sind die Comics dann sehr präsent gewesen. Wie geht es denn in dem Thema mittlerweile? Ich bin immer noch damit beschäftigt, meine Schwierigkeiten zu überwinden. Ich glaube aber nicht, dass es besser wird, indem man in jedem Interview sagt, dass man eine Schreibblockade hätte. Ich überarbeite die Comicszenarien für Katz und Gold gerne in so Kurzdramen, Dramulette, wie man ja auch sagt. Und das macht mir sehr viel Spaß, sie zu lesen. Ich finde, sie sind auch wirklich sehr gut. Und es ist eine Freude, sie zu lesen, weil man da so ein bisschen schauspielen kann, was ich sehr gern tue. Was würden Sie denn eigentlich sagen, ist denn Ihr gelungenster Text oder ist es eine blöde Journalistenfrage? Das ist keine blöde Journalistenfrage, aber ich kann darauf auch keine blöde Interviewtenantwort geben, weil es gibt sehr viele Texte, die ich gern mag. Es gibt auch welche, die schlecht gealtert sind und misslungen sind. Aber die meisten finde ich ziemlich interessant. Wie entstehen denn eigentlich Ihre Texte? Haben Sie ein Notizbuch? Oh ja, ich habe ein Notizbuch hier. Da ist mein Notizbuch. Ah, haben Sie das mit? Ich habe immer mein Notizbuch mit hier. Das ist ja spannend. Nummer 380. Okay. Ich habe also schon 380 Notizbücher vollgeschrieben, 370 vollgeschrieben und alle drei Wochen kommt eins hinzu. Und das sind sozusagen so kleine, die man gut einstecken kann wahrscheinlich und mitnehmen kann? Ja, das muss genau dieses Format sein. Und da stehen dann, stehen da Wörter, stehen da Sätze? Sätze, Wörter, kleine Zeichnungen, manchmal stehen auch Einkaufszettel drin, ich schreibe alles in das gleiche Buch. Aber die Ideen, man wird ja immer nach den Ideen gefragt, wo man die hernimmt und so. Ja, die muss man halt einem regen Gedankenfluss entnehmen, wenn man den nicht hat, dann kann man glaube ich nichts schreiben. Aber das eigentliche Arbeiten ist ja nicht das Ideen haben, sondern das Umsetzen der Ideen. Was ich mich bei Autoren oft frage ist, wann ist denn ein Text eigentlich fertig? Eigentlich nie. Das merke ich ja immer, wenn ich Texte zum Vorlesen überarbeite, da gibt es immer Passagen, die entaktualisiert werden müssen, weil irgendwelche Namen vorkommen, die heute einfach nicht mehr präsent sind. Man kann einen Text für abgeschlossen erklären. Früher bei der Titanic gab es ja auch immer eine Deadline. Naja, wenn die Deadline da war, dann war der Text dann halt fertig, nicht? Also quasi höhere Umstände. Höhere Umstände. Es gibt doch keine niederen. Also Faulheit wäre ein niederer Umstand, einen Text für beendet zu erklären. Ich glaube, es gibt keinen Autor, keine Autorin, die ich kenne, die ihre Texte oder seine Texte besser vorlesen kann, als sie das können. Günter Grass war ein sehr guter Vorleser. Ich habe ihn als Person nicht geschätzt, aber er war der Einzige, den ich mal live gesehen habe, wo ich sagte Chapeau, das möchte ich auch können. Und das war 1980, als ich ihn live sah, da konnte ich noch gar nichts. Aber ist das eigentlich während dem Entstehen der Texte? Lesen Sie da auch dann schon mit laut vor, um zu checken, ob das gut geht? Nö, ich denke mir die nur gesprochen. Ich lese zu Hause nicht meine eigenen Texte. Also das wird auch nicht irgendwie so gecheckt, ob der Rhythmus stimmt oder wie auch immer. Dafür habe ich ja ein Gespür, ja. Und wenn ich es das erste Mal vorlese, live, dann ist das eigentlich eine Probe. Aha. Also es wird nicht einmal ein einziges Mal ein neuer Text zu Hause laufen? Nein, nie. Sie haben 1981 Ihre Band Foyer des Sars gegründet. Ich glaube 1995 ist die letzte Platte, das letzte Album erschienen. Fehlt Ihnen die Musik, das Musikmachen? Das fehlt mir auf jeden Fall. Aber es war einfach nicht mehr weiter finanzierbar. Ich habe bei meiner sogenannten musikalischen Karriere eigentlich am Ende doch nur drauf gezahlt. Und irgendwann so mit 40 oder so sagte ich mir, ich muss jetzt mal andere Sachen machen. Ich muss mal ein bisschen Geld verdienen. Das ging mit Musik überhaupt nicht. Ich bin zwar damals ständig mit irgendwelchen Lob überschüttet worden und ständig kamen Leute zu mir, die sagten, sie seien ein riesen Fan von mir. Das hat sich aber leider überhaupt nicht in den Verkäufen widergespiegelt. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Sie geben ja sehr selten Interviews, ich glaube Zeitungen ab und zu mal, Fernsehen ganz selten. Die mit Zeitungen sind im Allgemeinen E-Mail Interviews. Ah ok, also keine so wie wir uns tatsächlich so gegenüber sitzen und miteinander sprechen dann. Nein, eigentlich nicht. Aber was haben Sie denn für ein Verhältnis heute zu den Medien, zu Interviews wie diesen hier? Es ist normalerweise Desinteresse von beiden Seiten, würde ich sagen. Ich bekomme nicht ständig Interviewanfragen von Fernsehmenschen. Da sind Sie eher eine Ausnahme und Sie haben ja fast ein Jahr um mich gebohlt. Ja, das wollte ich jetzt öffentlich. Wollten Sie nicht öffentlich kundtun, ne? Hab ich aber jetzt. Übrigens, ich unterhalte mich sehr gern mit Menschen. Ich hab bloß so gewisse Beklärungen, wenn man dabei gefilmt wird. Und heutzutage ist es ja noch ganz anders. Es landet ja alles bei YouTube und das ist dann in 20 Jahren immer noch abrufbar. Und das ist irgendwie so das Beängstigende. Früher hat man ein Interview gegeben und dann hat sich vielleicht am nächsten Tag jemand darüber aufgeregt und dann war es vergessen. Heute bleibt alles. Ja, weil wenn Sie das jetzt ansprechen, da fällt mir etwas ein, was ich gar nicht ansprechen wollte, nämlich auf YouTube Ihr Auftritt mit Foyer des Saar bei Dieter Thomas Heck. Ja. Und haben Sie da Erinnerungen dran? Ich hab da zahlreiche Erinnerungen dran, aber ich hab das Video nie gesehen. Ich bring es nicht fertig, mir das anzusehen. Obwohl es auf YouTube abrufbar bin, aber da gibt es irgendwie eine Schwelle, die mich daran hindert. An den Auftritt habe ich gute Erinnerungen, also zumindest klare Erinnerungen. Das, was ich am merkwürdigsten fand, ist, dass ich nach diesem Auftritt in der ZDF-Hitparade mit einem Taxi nach Wedding gefahren bin und ich war da gebucht, direkt nach meinem ZDF-Auftritt als Moderator des Berlin-Atonal-Festivals. Dann bin ich da angekommen, war ziemlich geschafft von diesem blöden Hitparaden-Zeug. Und das war sowas von chaotisch da, da dachte ich, hier braucht keiner einen Moderator. Ich wüsste nicht, was ich hier moderieren soll und hab mich dann in eine Ecke gesetzt und mich betrunken. Eine schöne Erinnerung. Ja, herrlich, ne? Es gibt ja von Journalisten immer so eine Frage, die immer wieder auftaucht bei Autoren, nämlich, dass man wissen will, wie viel eigentlich von dem, was der Autor schreibt, die Autorin, wahr ist und wie viel Dichtung ist. Es ist alles wahrhaftig, darauf kommt es an. Da ist kein Geflunkere und keine Selbsttäuschung und keine Selbstverbesserung, es ist alles wahrhaftig, aber es ist nicht alles dem privaten Leben entnommen. Es gibt einen Text von Ihnen, der heißt Mein preußischer Nachmittag. Ja. Und da geht es darum, dass Sie einen Nachmittag mit Blandine Ebinger verbringen. Ja, einer großen Disöse der 20er Jahre. Genau. Und da wollte ich Sie fragen, gab es den Nachmittag wirklich? Den gab es. Allerdings waren die Umstände etwas anders, als ich sie im Text schildere. Es stimmt zwar, dass ich eine Platte von Blandine Ebinger auf dem Sperrmüll gefunden habe und dadurch auf den Namen aufmerksam wurde, aber unsere Begegnung war mehrere Jahre später. Und zwar suchte Blandine Ebinger nach jungen Leuten, die ihr Chansonerbe pflegen. Und sie ist durch Annette Humpe auf mich aufmerksam geworden und sie hat bei mir angerufen, also Blandine Ebinger hat bei mir angerufen, nicht ich bei ihr. Aber das heißt, diese Szene, wo Sie vor ihr stehen und ihr ihr eigenes Chanson vorsingen, die gab es wirklich? Die gab es. Wie war das? Spooky. Sie war eine sehr herrische, strenge Frau, nicht besonders sympathisch leider. Außerdem stand ihr ungefähr 40 Jahre jüngerer Ehemann irgendwie immer da an der Ecke und bewachte das. Aber Blandine Ebinger passt hier toll zum Renaissance-Theater. Die ist hier bestimmt dann als alte Disöse auch öfter aufgetreten, da bin ich mir vollkommen sicher. Das stimmt. Es wird ja in den letzten zehn Jahren, glaube ich, noch nie so oft und intensiv über Sprache gesprochen wie momentan. Also Thema Gendern, Thema was darf man sagen, wie darf man sagen. Es geht immer nur um Identitätsfragen und Geschlechtergerechtigkeit und so. Über die allgemeine Fäulnis der Situation der Sprache, über den verarmenden Wortschatz und die zerbröselnde Grammatik wird eigentlich relativ wenig gesprochen. Aber ist es eine Entwicklung, die Sie gut finden, dass wenigstens darüber gesprochen wird? Nein, das finde ich nicht gut. Über Sprache sollte man immer sprechen, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Aber es auf Geschlechtergerechtigkeit und ähnliches zu fokussieren, das interessiert mich einfach nicht. Und ich gendere auch nicht. Ich bin gegen das klassische Gendern, also das mit dem Glottisschlag, also SekretärInnen und so, bin ich gar nicht so allergisch. Was mich vielmehr stört, ist die ständige Doppelsagerei, also Bürgerinnen und Bürger, wenn dann im Deutschlandfunk in einer Phone-in-Medizinshow zum Thema Schuppenflechte dann 60 Mal in einer Stunde Patienten und Patientinnen und Dermatologen und Dermatologinnen gesagt wird. Das finde ich so ermüdend und überflüssig. Es ist eine ganz unnötige und alberne Sprachzerdehnung ohne Informationsplus. Aber das heißt, der Grund ist ja, dass sich sozusagen alle angesprochen fühlen sollen, nicht übersehen fühlen sollen. Das ist doch klar, dass nicht nur Männer Schuppenflechte haben. Und wenn Frauen dann sich nicht angesprochen fühlen mit Schuppenflechte, sollen sie doch froh sein, dass sie keine Schuppenflechte haben. Wer will denn Schuppenflechte haben? Man sollte aufhören vom generischen Maskulinum zu sprechen. Das ist ein irreführender Ausdruck. Das ist die neutrale Form, die selbstverständlich alle Menschen einschließt, die eventuell Schuppenflechte haben. Da würde wahrscheinlich Luise Pusch etwas anderes sagen. Die wird bestimmt etwas anderes sagen, diese Teufelin. Gut, ich lasse das unkommentiert. Das heißt, in ihren Texten werden ZuseherInnen nicht unironisch vorkommen dann wahrscheinlich? Ich würde bestimmt auch gegenderte Sprache in einem Text verwenden, wenn es mir passend erscheint. Es gibt auch keine Wörter, die ich nie verwenden würde in Texten. Es gibt Wörter, die ich privat kaum verwende. Da die Top 3 wäre scheiße, geil, lecker. Dann vielleicht auch noch gewisse Adverbien wie massiv, definitiv oder mega. Das würde ich privat niemals sagen. Aber ich schreibe ja Dialoge auch und da muss ich manchen Figuren schon Wörter in den Mund legen, die ich selber nicht benutzen würde. Ich würde gerne zum Schluss noch Ihnen ein paar kurze Fragen stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, einfach so nach der Intuition her. Ihr liebstes österreichisches Wort? Leihwand. Ihr liebstes deutsches Wort? Hab kein Lieblingswort. Ihre Lieblingsfloskel im Journalismus? Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein. Welches Wort wird zu oft verwendet? Massiv. Welches Wort wird zu wenig verwendet? Liebäugeln. Loriot oder Heinz Erhardt? Loriot. Harald Schmidt oder H.P. Kerkeling? Keiner. Felix Lobrecht oder Tommy Schmidt? Kenne ich beide nicht. Das sind Fußballspieler, ne? Das sind zwei Komiker. Achso. Und dann habe ich noch ein paar Floskeln und Phrasen mir herausgesucht und ich lese Ihnen jetzt zwei vor jeweils und Sie sagen mir, welche Sie schlimmer finden. Ah ja. Wunderbar unironisch oder stürmischer Beifall? Schlimmer ist wunderbar unironisch. Entwaffnende Ehrlichkeit oder schonungslose Offenheit? Finde ich beides nicht so schlimm. Unter den gestrengen Augen der Jury oder mit Ihrem neuen Album im Gepäck? Mit Ihrem neuen Album im Gepäck, ja. Messerscharfe Analyse oder bitterböse Gesellschaftssatire? Bitterböse Gesellschaftssatire ist schlimmer als messerscharfe Analyse. Grand Dame oder Publikumsliebling? Was war das Erste? Grand Dame. Grand Dame? Ich? Also Grand Dame ist schlimmer? Nein, Grand Dame ist gut. Für Furore sorgen oder frenetischer Applaus? Für Furore sorgen ist okay. Das andere auch. Es ist sein bislang persönlichstes Album. Das ist ganz furchtbar. Oder, es kommt noch was, er hält dem Publikum einen Spiegel vor. Genauso grässlich. Also beide? Ja. Und dann das Letzte. Es ist still um ihn geworden. Oder ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Also nicht immer, auch mit 80 denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Beides doof. Lieber Herr Kolt, wir haben es. Was wünsche ich Ihnen? Was wünschen Sie mir? Noch viele so angenehme Interviewpartner wie Sie. Ach, das ist ja nett. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und vielleicht bis bald. Ja, gern.